Hallo und herzlich willkommen hier zu NICETEK, ich bin es mal wieder Emo, ja ihr kennt diese Ansicht, ihr kennt auch diesen Untergrund, heute mal wieder ein Paket, ihr seht schon Amazon Prime, denn uns ist wieder etwas zugekommen und zwar geht es diesmal nicht um irgendein Produkt, auch nicht um irgendwie, naja, was wir bisher immer so hatten, Smartphones oder Tablets, sondern um etwas vollkommen anderes, ich versuche hier eben mal das Paket zu öffnen, das macht sich etwas schwierig mit dieser Ansicht der GoPro, ihr seht es vielleicht schon die Krümmung, ich überlege, ob ich die dann vielleicht in der Postproduktion rausnehme, ihr seht ja dann gerade so, wie es aussieht, aber es ist mit einer GoPro gefilmt, diesmal etwas anderes, denn der Weitwinkel ist schon vorteilhaft, so, Amazon Prime, ich hoffe hier kommen jetzt nicht irgendwelche Viecher raus, so, da haben wir es auch schon, ihr seht es schon, ein Produkt und zwar sind das hier Kopfhörer, so, und zwar nicht irgendwelche, sondern ganz besondere Kopfhörer, die es aktuell, nicht nur aktuell, sondern schon seit längerem auf Amazon gibt, der, ähm, warum auf Amazon, äh, man könnte ja auch woanders bestellen, nun ja, Amazon bietet diese Kopfhörer, äh, zu einem sehr günstigen Preis an, im Gegensatz zu anderen, ähm, Leuten, äh, zu anderen Anbietern, nämlich für rund 32 Euro bekommt ihr diese Kopfhörer, die, ähm, Lieferzeit, äh, ist etwas lang, aber vollkommen okay, ihr seht schon, Bluetooth, True Definition Wireless Headphones, also Headphones von Jam, Transit Touch, so, und da kommt nämlich schon das Special Feature, wie ihr kennt es vielleicht schon von den Samsung, äh, Level-On Kopfhörern, an der Seite ist ein Touchpad eingebaut, womit wir durch Wischgesten, äh, verschiedenes bedienen können, lauter, leiser, nächster Song und so weiter, ich muss schon sagen, die Produktpräsentation ist schon sehr ordentlich, ähm, die Kopfhörer erinnern ein bisschen an die Beats-Kopfhörer und, äh, ja, bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit, sagt der Hersteller und, ähm, die Rezensionen sagen wohl auch, beziehungsweise andere Tests sagen, dass die das noch nicht testen konnten, weil es halt, äh, so lange gehalten hat und sie dadurch die dann immer wieder selber wieder aufladen, äh, weil das halt so ein Reflex ist, man kommt zwar nach Hause, packt sein Handy dran und auch noch gleich die Kopfhörer. Ähm, sollten allerdings diese 12 Stunden Akkuleistung, äh, vorzeitig zur Neige gehen und man möchte noch weiter Musik hören, ist das gar kein Problem, denn, ähm, die Kopfhörer haben noch gleichzeitig wieder einen AUX-Anschluss und auch ein AUX-Kabel beigelegt, womit wir dann einfach, ähm, ja, über Kabel weiterhören können und ihr seht schon hier, tap to play, ähm, swipe to, ne, forward or zurück und scroll for volume und jetzt haben wir es offen. Jetzt haben wir es offen und jetzt machen wir das Ganze doch einfach mal auf und schauen mal, was uns hier Jam präsentiert. Die Verpackung kommt weg. Wir haben jetzt nicht groß drauf geschaut, aber ich denke, so interessant ist die Verpackung auch nicht, auch wenn sie sehr schön gestaltet ist. Na, hier hinten noch irgendwas mit, äh, Hands-Free-Calling, also Mikrofons mit eingebaut und so weiter. So, erst mal sehr schön, wir bekommen hier eine kleine Tragetasche mit dazu. Es ist natürlich nicht schlecht, auch wenn die vielleicht, äh, Stürze oder Stöße in einem Rucksack oder sowas nicht unbedingt aushält, aber immerhin eine kleine Tragetasche. So, hier haben wir die Kopfhörer selber an sich. Ja, die können wir nämlich auch zusammenfalten. Und hier unten noch den ganzen anderen Kram. Einmal ein Mikro-USB auf USB-Kabel, bedeutet, Handy-Ladekabel kann auch verwendet werden. Und das AUX-Kabel, ich vermute mal 1,5 Meter lang. So lang sieht das jetzt nicht aus. Ja, ich vermute doch. Ich denke mal 1,5 Meter, denn viel länger braucht man es ja auch nicht, wenn man nicht gerade manuell neuer ist. So, und hier noch eine kleine Bedienungsanleitung, die wir allerdings nicht brauchen. So, äh, nochmal kurz zu diesem Case. Es ist, äh, sehr soft. Das, ähm, ist auch, ja, es dürfte auf jeden Fall keine Kratzer mit sich bringen. Fühlt sich ein bisschen nach Mikrofasertuch an. Hier der kleine Aufdruck oder Einkerbung oder Aufkleber. Jam. Können Sie noch zuziehen, wenn die Kopfhörer nicht rausfallen. Nettes Gimmick. Ob man es verwendet, ist jedem selbst überlassen. Hier jetzt, äh, nun die Kopfhörer. Die haben gerade schon geknackt. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Ich vermute mal nicht. Ah, wahrscheinlich muss das so. Ich fühle schon gleich, es ist, ähm, Plastik, aber sehr hochwertig. Ich meine, man kennt es ja von den Beats-Kopfhörern. Und da hätten wir sie auch schon in, äh, Silbergrau. Äh, eine gewöhnungsbedürftige Farbe. Und schon gleich mal erstes Manko durch den Transport, äh, sind diese Dinger hier eingedellt worden. Ich hoffe, das delt sich wieder aus. Ja doch, das wird sich doch, ja doch. Ich denke mal schon. Ich bin da sehr zuversichtlich. Also, die machen einen ordentlichen Klack. Also, es rastet ordentlich ein. Und man kann es auch nur in einer Seite zu- oder auffalten. Boah, ich habe hier ein bisschen Respekt davor. Also so und andersrum. Na doch, andersrum geht es auch. Andersrum ist sogar besser. Naja, jeden dann selbst überlassen. Links, rechts steht jeweils, äh, innen drinne. Und, äh, Jam, Aufdruck, Touch. Ja, was sehen wir denn hier? Wir haben hier einmal den Aufladeanschluss. Vermute ich mal. Nein, hier nicht. Hier haben wir ihn. Entschuldigung. Hier haben wir den Aufladeanschluss, Mikro-USB. Hier haben wir den AUX-Anschluss. Die lassen sich hier, die Ohrmuscheln lassen sich nicht unbedingt viel bewegen. Also, ähm, nicht so flexibel. Allerdings denke ich, dass das hier schon, äh, eine ordentliche, dass es schon eine richtige Position ist, um gut Musik hören zu können. Das hier ist, äh, Metall, Aluminium auf der einen Seite, auf der anderen Seite Plastik, beziehungsweise Kunststoff, wie man es ja heutzutage sagt. Das hier ist leicht gepolstert. Fühlt sich alles trotzdem, obwohl man weiß, dass Plastik ist, sehr hochwertig an, muss ich sagen. Ähm, ja. So, das sind soweit die Kopfhörer. Das war wahrscheinlich der Anknopf. Ja, das ist der Anknopf. Oh, da haben wir schon was Leuchten gesehen. Wahrscheinlich Low Battery oder, oh. Ah, okay. Wir sehen es schon. Vielleicht haben wir es gerade schon gesehen. Die scheinen schon an zu sein. Ja, ich lese mir das mal in Ruhe durch. Und dann gibt es hierzu auch mal einen Test. Wenn euch das interessiert, ähm, schaut ruhig mal oben in das kleine I auf die Abstimmung. Ob wir mal so einen Test auch mal zu Kopfhörern machen sollen, ne. Eine günstige Alternative zu all dem riesigen Markt, den es heutzutage gibt, ne. Auch in ihr und so. Hatten wir ja mal, äh, in Überlegungen da mal was zu zeigen. Aber jetzt mal hier solche Kopfhörer, äh, günstigen Preissegment, super Bewertung. Wir schauen einfach mal selber im Test, was diese Kopfhörer bringen. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Bewertet ruhig das Video, teilt das Video, kommentiert das Video. Und dann hören und sehen wir uns im nächsten Video wieder oder den Kilian. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.